221 ein neues jahr neues glück ich hoffe dass dieses jahr auf jeden fall besser wird als das letzte jahr und ja heute ist der erste januar und ja gut es ist zwar für mich die zukunftsmusik aber ich weiß dass mein erster januar nicht gut laufen wird weil ich werde wahrscheinlich total die ausfälle haben wegen overload aber wenigstens hoffe ich dass ihr schöne zeit habt und ja ich wünsche euch auf jeden fall ein wundervolles noch wundervollen start ins neue jahr und viel gesundheit und auf jeden fall viel glück wir sehen uns dann wieder beim nächsten video und bis dann